Die Entscheidung im 100 Meter Lauf Die sechs schnellsten Läufer der Welt sind angetreten Dortmeier, Weikopf, Oben, Brandkirch, Osendorf und Metcalf Auf die Plätze Fertig Oben kriegt schon von Stranzberg hinter ihm Osendorf kämpft sich heran Mit Verfolg Ziel Die Lauf im 100 Meter Lauf ist da oben Der Winner von den 100 Meter Vitals ist Jesse Owens Im ersten Platz in der Zeit Im Beisprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz-Lang und dem schnellsten Läufer der Welt Dessert Oben zugestimmt Der reigning Europäische Champion Es ist ein White Flag Jetzt der Oben Wins Es ist ein White Flag 90 Zentimeter weiter 4 Meter Und nun wieder nach Long again 7 Meter 84 Der Wälder führt Oben 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 Wins 7 Meter 87 4 Meter 100 Meter 1 Meter 20 Meter 25 Meter 2 Meter 10 Meter 45 Meter 58 Nagel 50 49 50 cort 72 4 x 100 Meter Staffel. Männer, in die Entscheidung sind gekommen, Argentinien, Deutschland, Holland, Amerika, Italien, Kanada. Eine gewaltige Kommenfahrt von größeren Abstand. Dritter-Rechstern. Dritter-Rechstern mit Franky Weikhoff. Wir ratten Sieg in Kriegen. Hier ist Amerika. Die neue Welt-Rechstzeit von 39.8. Amerika, first place with a new world record for 39.8 seconds. Weiter Italien, weiter Deutschland. Der Holländer Ossendorf hat eine Böse.